Passiert nichts. Es wird nur ein bisschen braun. Das ist echt ein mega Vorteil. Also es ist nur in zerstäubter Form entwickelt es eine Stichflamme. Also so funktioniert das. Ihr seht, es ist so fein, also es sammelt sich in jeder Pore eurer Haut. Und so kann ich das Feuer sogar bewegen, weil durch die Bewegung hier und das immer wieder rausschütten von dem Lycopodium bleibt die Flamme. Der Geruch ist auch sehr schön, finde ich. Das ist ein ganz spezieller Geruch, also ganz anders als irgendwie Schwarzkohle oder Mikrocellulose. Aber hier hat es geheißen, das soll ich mal aufbrauchen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter weg vom Eingang. Ja, 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 wir machen das nicht hier. Ja, gut. Es ist relativ einfach. Alle bereit, ja? Eins, zwei, höch! Wird jetzt schön warm. Wird jetzt schön warm. Vielen Dank.